Guten Tag, ich heiße Anna Imrecek Bereza. Ich bin die Rechtsanwaltin und ich freue mich sehr, dass wir anfangen heute mit diesem Video. Also, am Anfang die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Also, ob es wirklich so schwierig in Polen eine Firma eröffnet ist. Natürlich, die Antwort ist nein. Es ist sehr, sehr einfach. Sie haben solche Möglichkeit, online natürlich auf Portal SR24 eine Firma in eine wirklich eine Stunde eröffnen. Also, ohne Problem, nur wenn Sie möchten. Zweitens, ob es sind Möglichkeiten, solche Firma zu entwickeln? Natürlich ja. Also, wir haben sehr viele verschiedene Subvention von Europäischen Union. Also, die Möglichkeiten sind wirklich größer. Jetzt, wir haben zwei solche größere Programme, wo wirklich für Neuerungen für Firmen können wir sehr viel Geld bekommen. Außerdem, vom 22. Mai, wir haben solche Institutionen in Polen, wie Familienstiefung, die gibt die Möglichkeit, Vermögen zu sichern und zu vermehren. Also, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir haben solche Institutionen, die gibt uns solche Möglichkeit, zu sichern unser Vermögen. Wir haben solche Möglichkeiten nicht. Also, ich freue mich sehr, dass jetzt, ich kann schon sagen, ja, wir können. Und ich kann Ihnen sagen, wie. Also, im nächsten Video natürlich, ich werde das tun und sagen, aber für heute, das ist alles. Dankeschön für heute und bis bald.